Eine Tohle! Jo Leute und damit herzlich willkommen zu unserem kleinen Gewinnspiel. Wir möchten für euch verlosen, diesen wunderbaren One Smoke Aufsatz von Shisha Ofen. Sagt eigentlich schon der Name, ich habe es auch gerade schon gesagt. Ihr raucht das ganze Teil mit nur einer Kohle. Ihr braucht keine speziellen Köpfe dafür. Ihr nehmt einen stinknormalen Tonkopf. Dann haut ihr da eine Kohle drauf und dann raucht ihr hier mit diesen Schwaden, wie ihr gerade gesehen habt. Ihr müsst nichts weiter tun, als unseren Kanal abonnieren, wenn ihr das nicht sowieso schon getan habt. Dann schreibt ihr in die Kommentare, sagen wir Hashtag One Team One Smoke. Und jo, dann teilt ihr das Video auf Facebook am besten und auf Instagram. Zeigt es euren Freunden. Nehmt ihr nicht die Chance, dass ihr den auch gewinnen könnt. Oder erhöht eure Chance dadurch, dass die gar nicht Shisha rauchen und es aber trotzdem abonnieren und einen Kommentar schreiben und ihr den dann bekommt. Die Gewinner werden wir auslosen. Ich denke mal genau in einer Woche. Also wieder nächsten Montag dann. Wir haben zwei Stück für euch da, die wir euch verlosen können. Dann haben wir natürlich noch den Lucky Loser, den dritten Platz. Und dem schenken wir einfach hier so einen Tonkopf mit Kaminaufsatz von Shisha King. Wenn ihr noch gar nicht wisst, was der One Smoke ist, dann schaut doch hier oben mal in unserem Video vorbei. Und dann wünschen wir euch viel, viel Glück dabei. Schreibt fleißig in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Euer Shisha Team. Ciao, ciao.